Die beiden Topffavoritinnen in damendoppeln bei Bayerischen Einzelmeisterschaften 2015 in Ingolstadt. Sabine Winter immer so ganz nebenbei amtierende Damen-Doppel-Europameisterin ist. Und an ihrer Seite Chantal Manz, Deutschlands Top-Nachwuchstalent, zweifache deutsche Jugendmeisterin. Die beiden Unterwegser der ersten Damen-Doppel-Europameisterin ist. Und das sind dann schon die Mettspiele zum 13-Minister-Varrier. Im ersten Mal müssen wir schlafen, im zweiten etwas unmoduliert. Ja, wir treten dann schon ein bisschen. Wie auch immer. Ich hoffe, wir sind dann auf Nummer sicher und dann ist der Band auf. 13 Minuten. Und mal ein Futsu-Termin. Ja, wir treten dann. Ja, wir treten. Ja, wir treten, wir treten!